Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich befinde ich hier noch in der Race Express in der 1. Klasse von Wien Hauptbahnhof nach Flughafen Wien und werde danach mit der Luftfahrt in der Business Class fliegen von Wien nach Stuttgart über Fahlerfurt. Viel Spaß, gleich nach dem Intro. Musik 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 Ja, hier am Flughafen Wien in Schwächert ist jetzt keine FFP2-Maske fliegen mehr und das finde ich sehr angenehm jetzt, besonders mit den FFP2-Masken, die sehr anstrengend waren. Musik Eigentlich kann man jetzt sagen, wir haben schon die Normalität erreicht, bis auf Wien, weil in Wien bei den öffentlichen Verkehrsmitteln weiterhin eine FFP2-Maskepflicht ist. Ja, warum weiß ich nicht genau, aber wie gesagt, hier ist es Gottlang nicht, weil wir sind nicht in Wien, sondern eigentlich in Schwächertin in Niederösterreich, aber der Flughafen Wien gehört eigentlich Wien und Niederösterreich dazu. Aber ja, finde ich super aber auf jeden Fall und gehe jetzt direkt in die Austria Airlines. Das ist das Glas Check-In, eigentlich nur ganz kurz durch bei der Abkürzung, damit ich gleich in die Priority SICO durchgehen kann und dann habe ich das alles erledigt. Ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt, wie es jetzt die Sicherheitskontrolle hier ist, weil ich habe jetzt gehört, es gibt angeblich einen starken Reise-Chaos, obwohl ich aber hier in Schwächert nicht sehe. Aber schauen wir mal, ich bin jetzt gespannt, ob überhaupt eine lange Schlange hier ist. Musik 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 Ja, der Priority SICO am Flughafen Wien war so schnell gegangen, überraschend, weil ich kann mich noch erinnern, dass, ich glaube seit Juni war der Reise-Chaos hier, da war ich so erschrocken, dass ich so viel los sein wird, da ich nicht getraut habe, den Flug eigentlich zu buchen, weil ich gar nicht gesagt habe, dass ich den Flug verpasse, weil ich so eine lange Schlange war. Aber hier seit jetzt hat sich stark verbessert, ja. Also das finde ich schon eins auch vom Flughafen Wien schwächer, dass die Sicherheitskontrolle einfach flott geht, ja. Und ich muss sagen, auf jeden Fall besser als in Deutschland, weil Deutschland war schon vor der Pandemie immer ein Reise-Chaos, ja. Besonders in Frankfurt, das kann ich mich noch sehr gut erinnern, aber ja. Also gut, ich habe jetzt einen großen Hunger jetzt, ich habe heute noch nichts gegessen, gehe jetzt direkt in die Auswehr Airlines, Business Class Lounge und hole mir was zu essen. Musik Musik Cool, jetzt geht wieder die eigene Sekt von Donz. Musik Musik So, die Auswehr in Airlines, Business Class Lounge war wie immer sehr gut, Essen war sehr gut. Prima, was mir sehr gut gefallen hat, war das Relax-Bereich, wo man entspannen kann und liegen kann und man kann auch ein bisschen schlafen. Den habe ich zum ersten Mal jetzt ausprobiert und der war so bequem, dass ich wirklich fast geschlafen hätte. Das habe ich aber nicht gemacht, ich bin gleich aufgestanden und habe ich dann jetzt auf dem Weg zum Gate vorbereitet. Ich bin hier am Gate F6, nicht am Gate F8, das ist an der anderen Seite. Ich bin deswegen hier so F6 gegangen, weil dort weniger los ist und nicht so viel Ski dort ist, also damit ich auch besser ein Video machen kann. Und ja, wie ich gebucht habe bei der Lufthansa Webseite, war gestanden, von mir nach Frankfurt, dass die Lufthansa Airbus A3 21 Neo fliegt. Aber diesmal Aircraft Change, Downgrade auf die Airbus A3 21. Aber besser wie nichts, ist auch kein Problem für mich. Mir ist eigentlich egal, welche Maschinetypen fliegen, hauptsächlich wichtig ist, dass ich vom A nach B komme. Ja, in 10 Minuten soll der Boarding auch pünktlich los beginnen. Der Flieger ist schon längst schon da, also kann nur Gutes bedeuten. Auf geht's, Boarding Time. So, ich bin jetzt an Bord hier in der Lufthansa in der Airbus A3 19-100 in der Business Class in der 2.2 Co-figuration, weil hier in der Mittlerhalb der Sitz steht auch oben drauf, dass da ein Freiraum ist, dass dann die Sitzreihe in der Mitte frei bleibt. Und ja, die Fruchtfreiheit hier, wie man sieht, genügend Platz zum Bewegen, passt auch sehr gut. Und ja, freue mich schon auf den Start. Ohne Falle einer Notlandung könnten Sie aufgefordert werden, eine Schutzleistung einzunehmen. Sieht aus. Önach Schick Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich habe bekommen ein Käsebrötchen, dazu Butter und zu Dessert eine Schokopudding mit Schokokuchen und Sahne. Sieht sehr lecker aus. Von der netten Lufthansa-Frühbegleiterin habe ich bekommen ein Apfel von der Tasting Heimat und eine Schokolade. Der Service hier bei der Lufthansa der Business Class mit dem Tasting Heimat war ausgezeichnet. Es war sehr flott gegangen, die Lufthansa-Frühbegleiterin hat trotzdem gefragt, ob er was essen möchte. Ich habe natürlich Ja gesagt. Diese Heimattücher aus Frankfurt. Ich muss sagen, Pottis war nicht schön, aber der Geschmack war sehr gut. Es war kein Ross Beef, ich glaube es war Schweinefleisch in die Richtung. Das kann ich wirklich nicht genau sagen. Aber auf jeden Fall war es sehr gut. Besonders die Spargel und die Karotten, die waren 1A. Wirklich als wäre er frisch gemitzt. Er hat wirklich frisch ausgesaugt. Und das Dessert war der Highlight. Also dieser Schokoladenmus war sehr gut. Und dazu noch, was ich noch bekommen habe, zusätzlich ein Apfel und Schokolade. Ein Sparce. Das sieht mehr nach Qualität aus im Vergleich früher, was es noch bei der Instanze in der Business Class bei Kürzelstränge gegeben hat. Das sieht gut aus. Alles klar. 2, 2, 1 2, 3, 6, 4, 5, 10, 10, 11, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, Kenn specify Musik Bus fährt ab, bitte festhalten Bus ist departing Please hold on to the hand race Liebe Fluggäste, herzlich willkommen an Frankfurter Flughafen In wenigen Minuten kommen wir am Terminal 1 an Was für ein toller Flug mit der Lufthansa in der Airbus A319 100 in der Business Class Der Service war ausgeseichnet Und Ich habe einfach den Flug sehr gut genossen Einen schönen Abendflug Und ja, wie ihr seht dass ich jetzt in Frankfurt bin überlege ich gerade bei welchem Launch ich hingehen soll Es gibt viele Lufthansa Business Class Launch hier jetzt in Frankfurt, da haben sich auch einiges geändert so wie ich weiß Ein Instagram Freund von mir hat mir empfohlen die Panorama Launch zu gehen und so überlege ich mir ob ich entweder in die Panorama Launch gehe oder in eine andere Lufthansa Business Class Launch und ja, da muss ich noch entscheiden bei welchen ich gehen möchte Musik 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 Das war's. So Leute, die Lufthansa-Personale haben mich rausgeworfen in der Panorama-Lounge, weil ich ihr was die Gesetze gehalten habe, Spaß, nee, Spaß zur Seite, nee, die haben schon früher zu, jetzt, weil gleich die anderen Lufthansa-Business-Class-Loungen, und ich musste halt verlassen, die Panorama-Lounge, natürlich alle Fluggäste, ja, und ich finde es halt ein bisschen schade drum, aber ist kein Problem, der Rallying beginnt eh dann so über 15 Minuten schon los, werde ich jetzt mal langsam zum Gate A24 gehen, dort soll der Flug nach Stuttgart gehen. Ja, ich habe jetzt gerade ins Fernsehen geschaut, diesmal ist es fix, ich fliege wirklich mit einem Lufthansa in der Airbus A3 120 von Frankfurt nach Stuttgart, und ja, war mir eh schon auf dem Boarding, soll so in wenigen Minuten da beginnen. So, ich fühle mich letztendlich, wenn ich das mal wieder. So, ich bin jetzt sofort in der Lufthansa Airbus A321 in der Business Class und ja, da brauchen ich viel erzählen. Ich glaube ihr kennt ihr eh schon. Ich werde mir jetzt diesen 25 Minuten Nachflug jetzt genießen in der Business Class und freue mich auf den Start. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020